Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder ein Speed Build. Und jetzt fangen wir auch schon direkt damit an. Ich habe ein Apartment gebaut für ein paar Sims in meinem privaten Spielstand, die nur so Nebencharaktere sind, sag ich mal, beziehungsweise das eine seit der Bruder von meiner Simen. Also deswegen, also die spielen schon eine Rolle so, aber die spiele ich nicht selber. Aber trotzdem wollte ich, dass die irgendwie einen schönen Ort haben, wo die sich zurückziehen können, ja. Weil ich besuche die dann ja bestimmt auch mal. Und dann soll das ja auch vernünftig aussehen und zu denen passen. Und ja, dass es halt auch genug Betten gibt und so. Weil man kennt es ja, dass die in so einem Einzimmer oder Einbetthaus oder so leben. Und dann, ja, passt das eigentlich gar nicht, weil die haben 30 Kinder. Und keines kann schlafen, theoretisch. Also ihr werdet das wahrscheinlich alle kennen. Dass es in manchen Familien ein bisschen eskaliert mit den Kindern. Und dass dann die Betten einfach nicht ausreichen. Und dann dachte ich, dass das hier vielleicht ganz gut passen könnte. Und ich habe halt versucht, das halt schön zu dekorieren und so. Weil ich in letzter Zeit, ja, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen minimalistischer gelebt habe mit meinen Sims. Und da hatte ich auch einfach mal Lust, viel zu dekorieren, aber halt kleinere Räume. Und dann hat sich halt dieses Apartment auch angeboten. Und dann dachte ich, dann kann ich das auch aufnehmen. Und genau. Also mir gefällt das an sich richtig gut. Also es ist halt mal ein bisschen was anderes geworden. Ich habe versucht, mit Farben zu spielen, mit denen ich so meistens eher nicht so spiele. Und das dann darauf aufbauen. Ob mir das gelungen ist, könnt ihr mir ja am Ende sagen. Also ich mag es eigentlich ganz gerne. Genau. Und eigentlich sollte das Video schon letzte Woche kommen. Aber es hat nicht so gut funktioniert. Weil irgendwie, weiß ich nicht, zur Zeit ist sehr, sehr stressig Schule und so. Also ich meine, es ist ja jetzt auch mein Abschlussjahrgang, Leute. You know. Und ja, da steht das natürlich viel an. Also die Klausuren, die wir jetzt schreiben, sind schwierig. Und danach kommen dann ja auch fast schon die Abschlussklausuren. Also im Mai, da ist es dann schon soweit. Und das ist sehr bald tatsächlich schon. Also es ist halt wirklich nicht mehr lange hin. Und das ist beängstigend. Vor allem, wenn man bedenkt, so danach gehe ich in die weite Welt, ja. Und ja, also wenn ich meine Prüfung geschrieben habe, habe ich grundsätzlich erstmal viel Zeit für den Kanal und so auch. Wie es danach aussieht, weiß ich aber natürlich noch nicht. Deswegen bin ich halt auch gespannt. Inwiefern das dann halt auch was wird oder halt auch eben nicht. Wir schauen einfach mal. Übrigens, dieser Raum, ich weiß nicht, ob der ganz funktional ist, weil der Studio da in der Ecke steht. Aber mir ging es jetzt nicht wirklich um Funktionalität. Zumindest jetzt nicht bei den Zimmern, weil, you know, also ich spiele halt nicht in dem Haus halt, ne. Also ich werde das auch, also ich habe das auch nicht hochgeladen oder so, weil, ja, I don't know. Ich glaube, Apartments hochladen ist immer so eine Sache und dann, wenn man die platziert, funktioniert dann teilweise die Sachen auch nicht und so. Deswegen habe ich mir halt eher gedacht, ja, soll es halt einfach schön aussehen und keine Ahnung. Also, I don't know, es ist, äh, ne. Ihr kennt das sicherlich selber auch. Ähm, ja. Ja, und, ähm, irgendwas Besonderes passiert in letzter Zeit. Ich kann sagen, ich, ja, ich habe nämlich ja meinen Führerschein bestanden. Ich weiß nicht, ob ich das so offiziell schon hier gesagt habe, aber ich habe tatsächlich jetzt sogar auch schon ein Auto. Und, ähm, es ist sehr, sehr schön. Also ich fühle mich so erwachsen und selbstständig und, I don't know. Ich glaube, viele können das gar nicht so nachvollziehen, weil ich weiß, dass viele von den Leuten, die meine Videos gucken, jünger sind. Und, beziehungsweise, eben, wenn sie alt genug sind, halt selber nicht viel oder eigentlich gar kein Auto fahren oder gar keinen Führerschein haben. Deswegen, also ich kann sagen, man fühlt sich sehr selbstständig auf einmal, weil man halt einfach so viel alleine machen kann. Was halt vorher nicht so möglich war. Man war so immer auf jemanden angewiesen, wenn man irgendwo hin musste. Also, und sei es halt auch einfach der Bus. Also, das zählt ja auch als Angewiesensein meiner Meinung nach. Und ich finde es halt einfach cool, jetzt einfach sagen zu können, okay, wenn ich halt irgendwas will, dann kann ich ja doch einfach los. Auch wenn ich natürlich trotzdem versuche, möglichst umweltfreundlich am Start zu sein. Also, dass ich jetzt vielleicht trotzdem nicht immer bei jeder Gelegenheit das Auto benutze. Also, zum Beispiel, im April fahre ich auch in die Ninderlande. Da fahre ich nicht mit dem Auto, sondern mit dem Zug. Aber auch, weil ich ein bisschen Angst habe, da mit dem Auto reinzufahren. Weil, also ich traue mich auch noch nicht in größere Städte. Also, ich bin schon begeistert, dass ich es hier schaffe, bei uns hier in dem kleinen Städtchen klar zu kommen, halbwegs. Aber mehr muss da jetzt auch noch einfach noch nicht drin sein, ja. Ich denke, das können sehr viele nachvollziehen, die auch schon selber Auto fahren. Dass sie am Anfang wahrscheinlich noch nicht so die krassesten Orte bereist haben, ja. Aber, ja, das wird dann nach und nach irgendwann kommen, ne. Ich meine, in viele große Städte kommt man ja dann teilweise auch mit Diesel und so ja schon gar nicht rein. Aber, also, Diesel habe ich sowieso nicht. Ähm, also ich habe einen Benziner, tatsächlich. Von 2009. Wuhu. Ähm, aber ja. Aber, I don't know, ich dachte nur, es ist vielleicht spannend zu erzählen hier. Weil, wir reden hier ja immer über Gott und die Welt. Und, ähm, ja. Ich finde es einfach schön. Also, ich mag das auch einfach hier so ein bisschen talken zu können. So ein bisschen, ja, I don't know. Ja, über Gott und die Welt zu reden. Ich finde es einfach toll. Wuhu. Hier habe ich so ein bisschen was probiert. Mit, ähm, so einem Treppenregal. Weil ich habe ja selber auch so eins. Und ich habe das, ehrlich gesagt, bei Les Simsies gesehen zum ersten Mal. Dass sie halt da so Custom-Kalax-Regale gebaut hat. Und ich habe darüber, ehrlich gesagt, noch nie nachgedacht, dass man das ja tun könnte. Aber, als ich das gesehen habe, dachte ich mir nur so, ja, ist ja klar. Also, ist ja geil. So. Und jetzt, ähm, habe ich das jetzt selber dann ja umgesetzt. Und es ist sehr, sehr schön. Ich mag dieses Zimmer generell sehr, sehr gerne. Weil von den Farbtönen mag ich das. Und diese Stühle, ich habe das anhand von diesen Stühlen, wollte ich halt arbeiten. Vor allem, weil ich wollte diese Stühle unbedingt benutzen, weil die so, so schön sind. Und ich dachte, es ist halt süß, wenn man so einen kleinen Tisch hat, wo man sich dann hinschillen kann, so. So, deswegen, ich weiß nicht, es wird nicht großartig funktional sein, dieser Raum. Aber ich finde es sehr, sehr gemütlich, auf jeden Fall. Also, ich würde da gerne wohnen wollen. Und ich habe übrigens keine Aufnahme, wo man das nochmal in kurz, also halt in normaler Geschwindigkeit nochmal durchgeht. Weil irgendwie kam ich nicht dazu und das Video soll jetzt heute online gehen und ich will es nicht nochmal hinaus hören. Deswegen hoffe ich, dass das euch reicht. Aber ich denke, das Wichtigste kann man trotzdem halt sehen. Weil ich bin ja auch nicht der Mensch, der nochmal 50 Mal hin und her hoppt und dann doch nochmal Sachen ändert. Und es geht ja jetzt auch hier eher darum, was, wie fühlt ihr euch, Leute? Nein, wir reden ja hier immer über Gott und die Welt und deswegen, I don't know. Ich bin eine wilde Hilde, Leute. Aber das ist ja auch nichts Neues. Auf jeden Fall sind das halt alles relativ junge Leute, die hier in diesen Haushalt einziehen. Deswegen, ja, dementsprechend, ich glaube, das sieht man auch. Aber ja, die haben halt alle ihren eigenen Charakter und ist halt eine WG, ne? Also was soll ich sagen? Man hat übrigens oben links halt auch immer gesehen, bei welchem Apartment das genau platziert wurde. Falls euch das interessiert, welches ich bebaut habe. Weil, ja, I don't know. Falls euch das interessiert, falls ihr irgendwie auch was mit diesem Apartment anfangen wollt. Aber ja, ich denke, ich habe genug jetzt schon geredet. Und ich möchte, dass das Video jetzt heute noch online geht. Und das wird auf jeden Fall funktionieren. Deswegen hoffe ich, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss! 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 Bis dahin und tschüss!